Die Geschichte, die wir uns angucken können aus Deutschland, auch da waren Wirtschaftswissenschaftler tätig, die haben sich nämlich das Beispiel Jena angeguckt. Zur Erinnerung, in Jena hat man sehr früh eine Maskenpflicht eingeführt im öffentlichen Nahverkehr und beim Einkaufen, nämlich schon am 6. April. In den meisten Regionen in Deutschland war das erst am 27. April so. Und die Wirtschaftswissenschaftler haben jetzt versucht, Vergleichsgrößen zu finden und eine Art synthetisches Jena zu schaffen, um die Wirkung dieser Maskenpflicht tatsächlich auszumessen. Und sie sagen, die Fallzahlen reduzierten sich im Vergleich zu solchen virtuellen Modellen durch diese frühe Maskenpflicht um knapp ein Viertel nach 20 Tagen und bei Personen über 60 um mehr als die Hälfte. Ist das auch eine Bestätigung dessen, was Sie eben gesagt haben? Wir können die Maßnahmen tatsächlich so ein bisschen ausmessen und sagen, ja, Sie haben was gebracht. Ja, das Maskentragen war ja wirklich so ein Spezialthema, das zunächst mal eigentlich von allen Seiten her für vielleicht wenig relevant betrachtet wurde. Ging ja so weit, dass im Prinzip selbst die Weltgesundheitsorganisation offiziell gesagt hat, das mit dem Maskentragen bringt nichts. Das war noch so im Februar zum Beispiel die Grundauffassung in ganz vielen Ländern, auch orientierend an der WHO. Und man hat in Asien gleichzeitig natürlich gesehen, dass die Masken überall getragen wurden. Dass durch diesen Bevölkerungseffekt, der sich dann einstellt, natürlich tatsächlich auch ein Erfolg zu erwarten ist. Und das haben auch chinesische Wissenschaftler, ich kann mich daran erinnern, George Gao, der Leiter des chinesischen CDC. Der hat das ganz früh schon gesagt in der Öffentlichkeit, dass das Maskentragen aus seiner Sicht eben ein ganz wichtiger Erfolgsfaktor ist in der Eindämmung der Erkrankung. Und jetzt hatten wir eben bei uns darüber schon auch von Anfang an eine relativ kontroverse Diskussion. Also viele Personen haben dann gesagt in der Öffentlichkeit, das ist ein Riesenversäumnis der Politik, dass jetzt nicht an alle Leute in Deutschland Masken ausgeteilt werden. Während das aber nun mal einfach nicht ging. Es gab einfach nicht Masken für jeden in der Bevölkerung. Da konnte man sich auf den Kopf stellen. Es waren keine Masken eingelagert und das war zu dem Zeitpunkt auch einfach niemandem vorzuwerfen. Das waren ja Marktmechanismen und große Einschätzungen über ein vollkommen neues Virus, bei dem man gar nicht wusste, wie sich das genau verbreitet. Und man konnte nur so Analogieschlüsse ziehen zur Influenza. Und dort war die Datenlage alles andere als unterstützend für die Idee, dass man sich im Eigenschutz mit einer Maske vor der Influenza schützen kann. Und kurze Zeit später kam das dann, ich will sagen, damals unerwartet in Europa an und hat dann gemerkt, jetzt wird hier nach Masken gefragt. Dann ist es eben dann doch so gekommen, nachdem ja über den März in Deutschland die Inzidenz auch sehr stark zunahm, dass Jena vorwärts gegangen ist und gesagt hat, ab dem 6. April werden wir einfach eine Maskenpflicht einführen. Und jetzt gibt es da eben doch eine sehr gewitzte Studie, die hier gemacht wurde. Das ist eine Kooperation aus Dänemark und dann zwei Gruppen in Deutschland, Mainz und Darmstadt, die sich das genauer angeschaut haben. Und die haben natürlich nur vergleichen können zwischen dem frühen Einführungszeitpunkt in Jena und dem dann bis zum Ende April eigentlich ja weiter eingeführten Zeitpunkt, wo man also Ende April an vielen Orten in Deutschland dann Maskenpflicht hatte, zumindest in bestimmten Situationen. Also wie gesagt wurde, in Supermärkten zum Beispiel, beim Einkaufen muss man Maske tragen. Das heißt, man konnte eigentlich nur so einen zeitlichen Vergleich machen, also in einer Zeit, als Jena schon die Maskenpflicht hatte und andere nicht. Und da gab es im Prinzip keinen zweiten Fall, keine zweite Stadt, mit der man das ganz genau vergleichen konnte. Und deswegen hat man so etwas gemacht wie ein synthetisches Jena, so wird das hier genannt. Das ist übrigens ein deutschsprachiges Zusammenfassungspapier von einem größeren wissenschaftlichen Paper, das natürlich dann auch auf Englisch geschrieben ist und das ebenfalls verfügbar ist. Aber wir werden hier jetzt vor allem mal das deutschsprachige Papier, denke ich, einstellen in die Referenzen für die Hörer. Und was man eben hier jetzt erhoben hat, ist die kumulierte Fallzahl. Also was häuft sich an, an Neuinfektionen 20 Tage nach Einführung der Maskenpflicht in Jena. Und man sieht hier, es waren am Anfang dieser Auswertungszeit 142 Fälle in Jena und danach, nach den 20 Tagen, war das angewachsen auf 158 Fälle. Und dann hat man eine Gruppe von Städten genommen, von denen man strukturelle Merkmale sich vergegenwärtigt hat. Also Infektionszahlen, medizinische Versorgung. Genau, also ähnliche Bevölkerungsstruktur, ähnliche Altersstruktur, genau wie Sie sagen, ähnliche Inzidenz und so weiter. Von verschiedenen Städten und die haben unterschiedlich hochgradige Ähnlichkeit. Und darum hat man die auch unterschiedlich gewichtet in der Zusammensetzung einer hypothetischen Gegenkontrolle. Also eine Durchschnittsstadt, die so ist wie Jena. Die aus diesen Städten gebildet wurde. Also Darmstadt, Rostock, Kloppenburg zum Beispiel waren da mit dabei. Genau, Kloppenburg, Trier, Kassel und übrigens auch ein ganz kleiner Teil Heinsberg. Ein Schluck Heinsberg ist auch dazu gekommen. Also das kann man eben durch unterschiedliche Gewichtungsfaktoren machen. Und diese synthetische Kontrolle, da hat man auch die Fälle gezählt. Und das war nicht wie in Jena am Anfang 142, sondern am Anfang 143. Also fast dieselbe Zahl, das war auch Absicht. Darum hat man das ja eben so zusammengesetzt. Und da ist es am Ende des Auswertungszeitpunkts aber nicht 158 Fälle, sondern 205 Fälle. Also Jena hat 23 Prozent weniger Zuwachs an Infektionen gehabt. Und bei den über 60-Jährigen, wie Sie das gerade auch schon gesagt haben, sogar über 50 Prozent weniger Zuwachs. Und das ist natürlich sehr bemerkenswert. Es gab eine Unsicherheit in der Interpretation, nämlich, dass man eigentlich gesehen hat, dass das geringere Zuwachsen von Infektionen im Prinzip schon gleich ein paar Tage nach der Einführung dieser Maskenpflicht losging. Also dass die Kurve flacher wurde in Jena versus den anderen Orten. Und das kann ja eigentlich nicht sein. In der Inkubationszeit. Genau, das dauert ja doch eine ganze Zeit, also zehn Tage mal mindestens, eher so zwei Wochen, bis sich das niederschlägt in Meldezahlen. Da haben die Autoren dann aber ein anderes Argument gefunden, das ich auch sehr plausibel finde, nämlich den Ankündigungseffekt. Es wurde schon Ende März angekündigt, dass die Maskenpflicht eine Woche später kommt. Und man hat dann sogar in dem Hauptpaper, in dem englischsprachigen Paper, eine Nachanalyse von Google-Suchbegriffen gemacht in Jena, wo gefragt wurde nach Maske kaufen. Wo kriegt man jetzt eine Maske her? Es kommt die Maskenpflicht, also man sieht, wie sehr sich die Leute damit beschäftigt haben. Und man sieht, dass fast so viele Leute sich zum Zeitpunkt der Ankündigung damit beschäftigt haben, wo man jetzt eine Maske herkriegt, wie zu dem Zeitpunkt der Wirksamkeit der Maskenpflicht. Also so nach dem Motto, die Nachzügler, die haben erst angefangen, sich darüber Gedanken zu machen, als dann wirklich die Maskenpflicht aktiv war. Also man hat gesehen, viele haben sich schon vorher darüber Gedanken gemacht. Und man kann daraus natürlich ableiten, dass wahrscheinlich schon zu dem Zeitpunkt ein Eindämmungseffekt auch eingetreten ist, ein psychologischer Effekt. Jetzt wird es ernst. Wir haben jetzt hier wirklich eine Infektionsepidemie in der Stadt. Das heißt, wir haben hier möglicherweise tatsächlich einen kleinen Nachweis für die Wirkung von Masken auf das Infektionsgeschehen. Es gibt noch was Interessantes in der Studie. Und zwar wegen dieser kleinen Unsicherheit hat man dann noch mal etwas anderes verglichen, nämlich eine ganze Reihe Landkreisen. Und zwar Landkreise, in denen es ab dem 22. April eine klare Maskenpflicht gab gegenüber anderen Landkreisen. Und diese ganze Gruppe von Landkreisen, die man da ausgewählt hat mit Maskenpflicht, das war Nordhausen, Rottweil, Main-Kinzig-Kreis, Wolfsburg, Sachsen und Sachsen-Anhalt, dort viele Kreise, also im ganzen Bundesland. Und hat auch dort im Vergleich zu anderen Kreisen gesehen, der Unterschied in der Zahl neuer Fälle, und das ist jetzt hier aber nur in sehr kurzer Auswertungszeitraum gewesen, war auch 40 Prozent pro Tag. Und das ist schon, wie ich finde, eine sehr beeindruckende Zahl. Und so argumentieren die Autoren hier in diesem deutschsprachigen Papier auch. Egal, wie jetzt der Mechanismus ist. Wir haben ja hier auch schon in der Vergangenheit über Masken gesprochen und ob jetzt grobe Tröpfchen abgefangen werden und die dann später nicht zum Aerosol werden können und so weiter. Oder ob es eben nur die Wirkung im Nahbereich hat. Das sind also alle so diese infektionsbiologischen Überlegungen. Man muss aber dennoch ja auch eingestehen, dass über so eine Betrachtung aus einer höheren Flugebene, wo einfach gefragt wird, was kam jetzt dabei raus, dass das nun mal auf der Hand liegt und dass man mit verschiedenen Kontrollszenarien auch so Störfaktoren rausmitteln kann oder eliminieren kann, die vielleicht jetzt in diesem Fall jener spezifisch gewesen wären. Also vielleicht hat ja jener irgendeine andere Eigenschaft, die dazu führt, dass es am Ende gar nicht am Maske tragen lag, sondern in Wirklichkeit war an diesem 6. April irgendwas, was zum Umdenken der Leute geführt hat oder sowas. Aber es scheint nicht so zu sein. Es ist tatsächlich so, dass auch in anderen Gebieten das hier einen durchschlagenden Effekt hat. Und wir haben ja in der Vergangenheit auch schon darüber geredet, durch die Überdispersion dieser Erkrankung, können wir schon davon ausgehen, dass bevölkerungsweite milde Eingriffe in das Infektionsgeschehen sehr viel stärker sich auswirken auf die Verbreitung von SARS-2 als bei einer Erkrankung, die keine Überdispersion hat. Also keine ungleiche Verteilung. Genau, wo also im Durchschnitt die Zahl der Infizierten in der Folgegeneration immer die gleiche ist. Also wo die Realität nicht sehr stark um diesen Durchschnittswert schwankt. Wo also stur einer immer zwei neue infiziert. Während wir eben bei dieser SARS-2-Erkrankung doch nur wenige Patienten haben, die ganz viele neue infizieren. Und die meisten infizieren einen oder keinen. Wir haben das ja mal damals durchgerechnet mit unserem Beispiel von R0 gleich 1,9. Wo wir von zehn Patienten gesagt haben, neun infizieren nur einen und einer infiziert zehn. Und da kommen am Ende 19 raus. Und das ist ja fast der Wert zwei, aber sehr, sehr ungleich verteilt. Und gerade bei dieser Situation haben ja damals die Autoren von dem Paper, also Jamie Lloyd Smith, das Nature Paper von 2005, die haben ja genau da gesagt, gerade bei so einer schiefen Verteilung der Infektionshäufigkeit ist es besonders effizient. Und zwar auch auf das Aussterben von beginnenden, von diesen stotternden, anlaufenden, beginnenden Infektionsketten. Wenn man eine bevölkerungsweite, eigentlich sehr milde Maßnahme hat, die eigentlich gar nicht so durchgreifend ist, um diese beginnenden kleinen Infektionsketten immer wieder im Keim zu ersticken. Und das ist sicherlich auch eine der besseren Erklärungen dafür, für das, was wir jetzt in diesen Wochen beobachten. Wir haben so gut gebremst in Deutschland. Und wir schauen jeden Tag auf die Meldezahlen und sehen, das bleibt jeden Tag so im Bereich von 300 mal 500 neu gemeldeten Infektionen. Und obwohl wir uns doch jetzt relativ viel Freiheit gestatten, kommt es nicht sofort zu einer neuen rasenden exponentiellen Kinetik. Und da liegt sicherlich ganz viel Erklärungskraft in solchen Gedanken, dass diese Schiefe der Verteilung eben es erlaubt, dass frühe Infektionsketten eigentlich immer wieder aussterben, dass es gar nicht dazu kommt. Und dass wir erst mal eine große Zahl von Infektionsherden in der Bevölkerung brauchen, die in dem Superspreading-Bereich liegen. Und dass solche Dinge wie Maske tragen, aber auch eben viel draußen sein und das Vermeiden von großen Kontaktgruppen, das Schwergewicht legen auf diese ineffizienten, beginnenden und schnell wieder aussterbenden Übertragungsketten. Maybe there is glory in prevention, würde ich als Schlusswort hier gerne hinstellen. Das könnte man vielleicht hier mal so sagen.